ich bin gerade überlegen in welcher form wir das dach bauen könnten wir machen ja alles so ein bisschen symmetrisch ich meine wir müssen jetzt wie gesagt auch ein bisschen darauf achten dass wir nicht zu hoch mit den ganzen sachen greifen weil wir halt auch nur einen begrenzten möglichkeiten raum haben so jetzt habe ich natürlich verbaut und ich habe keine spiel doch ich habe eine spitzhacke ich wollte gerade sagen das kann doch normalerweise nicht ich habe doch jetzt nur eine verbaut den hole ich mir wieder so und hier wollte ich drei passt das auch und drei genau hier wollte ich noch zu bauen damit wir auch mal einen abgegrenzten bereich haben um das haut genau zwei vorne und hinten und drei links und rechts jeweils weil mit der fassade sind wir jetzt fertig und dann können wir die umrandung machen so diese lecks ich weiß echt nicht woher die kommen naja so dann ja das sieht doch schön aus schon mal jetzt muss ich überlegen wie mache ich das mit dem dach erst mal die workbench von draußen hier reinholen da müssen wir nicht immer oder ja genau ich glaube so machen wir das die halbe man mal über an der wir müssen das ja aus diesem holz bauen deswegen erst mal ich baue erst mal so und gucke erst mal was dabei rum kommt erst mal ein paar treppen gekraftet und dritte treppe kriege ich natürlich nicht raus so also eine dritte vierer treppe quasi spruce wood mit diesem spruce wood bauen wir jetzt noch eine ebene hier oben dran das ist dann quasi die die baue ich jetzt nur hier damit wir jetzt hier quasi mit der treppe anfangen können ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht inwiefern sollen wir einfach ein spitzes dach oben drauf machen oh Mist das ist natürlich mit dem neuen treppen platzieren ja das war richtig so einfach sollen wir das machen so nein es wird jetzt schon heftig ich glaube wir machen das einfach einfach ein simp ach Mist wieso platziert er da da habe ich überhaupt nicht hingezielt ich werde es wahrscheinlich nie wirklich verstehen da das ist doch echt ein witz ja das mit dem treppen platzieren ist natürlich sehr sehr gewöhnungsbedürftig wieso mache ich es mir eigentlich nicht leichter so jetzt haben wir zumindest schon mal mehr mehr Möglichkeiten beziehungsweise leichtere Möglichkeiten jetzt brauche ich nämlich nur zack zack ja der ist etwas schwierig dann aber ah Mist so 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 genau dann haben wir hier nämlich die Möglichkeit ja das macht er automatisch das ist natürlich sehr vorteilhaft so was macht der denn so so wahrscheinlich zu schräg sag ich mal platziert dass er sich nach links gedreht hat ah Mist boah wieso platziert der denn nicht so so und jetzt von hier einfach da drin so macht er nämlich schon von alleine so 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 ja ich baue mir hier mal äh aus den wunderschönen Oakwood Piles noch eine Treppe da hoch quasi so 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 dann sammle ich jetzt hier draußen mal die Treppen ein so dann haben wir wieder Treppen wir werden auf jeden Fall noch welche brauchen ich gucke mal jetzt schon ob man schon irgendwie erahnen kann ja doch das wird am Ende glaube ich gar nicht so schlecht werden ich bin gespannt so schön ins Bettchen gehopst und dann schlafen so 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 ja über 100 Frames habe ich hier jetzt auf der Uhr stehen äh die jetzt aber direkt auf 60 absinkt oh da spawnen doch glatt Viecher äh ich werde hier einfach mal noch ein paar Fackeln drumrum platzieren so 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 steckt man ja hi hm ist irgendwo noch ein Creeper oh nein 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 ah hi hi nein nein oh oh mein Herz mein Herz mein Herz mein Herz haha mein junges Herz oh ich war zum Glück schnell genug zum Glück hat er noch Sturzschaden gekriegt sonst wäre das in die Hose gegangen definitiv und ich hoffe jetzt mal einfach für mich persönlich uah 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 mein Ball mein Ball mein Ball mein Ball uah 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 so dann werden wir mal fix da hinten hinsprinten und uns noch ein paar Steine holen damit wir das mit dem Treppenplatz hier leichter haben ich will da oben jetzt nämlich nicht wieder rumwurksen da investiere ich doch etwas mehr Zeit und mache es ordentlich als dass ich wieder rumwurksen muss so ja wahrscheinlich werden wir eh noch eine Sonderform an einem Dach einfügen da muss ich dann einfach mal gucken wie das am Ende aussieht oder ob das irgendwie durchsetzbar ist bei dem kleinen Dach da ich guck mal so ich bin gespannt ich bin auf jeden Fall uah gespannt 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 so eigentlich dürfte da gleich schon reichen an Stein ich bin froh dass wir den Cobblestone Generator dann irgendwann noch umgebaut haben und den nicht einfach so gelassen haben das war glaube ich gar nicht so schlecht so ich denke mal das müsste reichen in jedem Fall wie viel haben wir denn jetzt schon 16 haben wir schon das reicht auf jeden Fall so ähm ja dann wollen wir mal schauen ob das da da 32 hallo werden wir schon das reicht auf jeden Fall so aber auf jeden habe ich vorhin mir aus Versehen Kugel drückt oder keine Ahnung sehr verwunderlich so dann wollen wir mal hier die Treppe benutzen äh und da hinten mal Steinchen platzieren so ah jetzt habe ich mich verbaut ah falsches Werkzeug ja ich habe schon länger kein Minecraft mehr gespielt weil die Aufnahme halt so lange gereicht hat beziehungsweise ich habe ja so eine kleine Zwischenaufnahme sogar noch gemacht so von einer halben Stunde ähm um einfach Folgen zu haben ach Mist Kacke jetzt klappt das mit dem Platzieren noch nicht ui da bin ich gerade rum da habe ich gerade Angst gehabt kurzzeitig so ah komm schon so 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 einfach kann es sein äh so 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 ja das ist natürlich die einfachste Variante so so oh 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 da war auf einmal ein Leck ich weiß nicht wo die komischen Lecks auf einmal herkommen also äh ich weiß es einfach nicht so Bis zum nächsten Mal.